Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unschleiner, aber feiner Basketball, der heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird natürlich präsentiert von Manscaped.com. Und ich erzähle hier viel über den Lawnmower 5.0 und den Weedwecker 2.0. Aber es gibt ja auch diese Paket-Deals bei Manscaped. Keine Angst, da geht es nicht jetzt hier um Sachen zu verschicken, sondern es gibt Packages, nennen sie das. Sehr doppeldeutig. I see what you did there, Manscaped. Es gibt das Platinum-Package 5.0 Ultra, es gibt das Performance-Package 5.0 Ultra, das Perfect-Package 5.0 Ultra und das sind verschiedene kleine Pakete, wo verschiedene Kombinationen von diversen Produkten zusammengestellt sind. Dann gibt es das Beard Hedger Pro-Kit für alles, was um Gesicht mit Bart einhergeht. Dann gibt es das Body-Care-Kit, das ist so für alles im Körper und so ein bisschen Dusche etc. Dann das Ultra-Smooth-Package. Da würde ich ehrlich sein, das habe ich auch schon probiert, aber da bin ich nicht ruhig genug mit der Hand. Das ist dann doch mehr so, also der klassische Rasierer für den Körper, weiß ich nicht. Traue ich mich nicht ran, nicht weil das Produkt komisch ist, sondern weil ich komisch bin mit meiner Zitterhand. Es gibt auch die Boxer-Shorts natürlich in so einem Paket mit Boxer-Shorts 2.0 und die kann ich nur sehr empfehlen. Checkt es mal aus. Ich denke nicht, dass ihr noch schon alles davon habt. Ich muss auch sagen, das Body-Care-Kit habe ich auch noch nicht. Von daher kann ich es noch nicht einmal eingeschränkt empfehlen. Aber das lasse ich mir mal zuschicken und dann melde ich mich, sobald ich das ausgetestet habe. Ansonsten gilt natürlich wie immer Code NEXT20, N-E-X-X-T 2.0. Da gibt es 20% auf alles. Natürlich 30-Tag-Geld-Zurück-Garantie und Free-Shipping. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum man den Code nicht nutzen sollte. Kommen wir zu den Fragen der Woche. Und die erste hat Tassilo. Er fragt, hat Shane Brown eine zu große Rolle bei den Boston Celtics? Ich habe mit einem Freund diskutiert, wo geht es weiter hier? Ach da. Über Brown und er meinte, er wäre keine gute zweite Option. Also ich denke mal Brown. Und seine Rolle wäre zu groß bei Boston. Seine Argumente waren, also die Argumente des Freundes denke ich, dass er Probleme mit dem Drive hat, mit Linksdribbeln etc. und er in der Defensive mittlerweile sehr nachgelassen hat und dass Boston in den Playoffs noch nichts gerissen hat. Ich finde, er spielt eine effiziente Saison und auch große Spieler wie Shaq oder zum Beispiel auch Yannis, der keinen Jumper hat, besitzt auch kein perfektes Spiel. Ich finde auch damals in den Finals gegen Golden State war Brown für mich der stärkste Celtic. Bin ich zu positiv bei Brown und wie siehst du das? Also eine zu große Rolle, wenn das jetzt die Frage ist, dann muss man sich immer erst mal vergegenwärtigen, was denn die Rolle ist von Jalen Brown. Und da reicht ja ein Blick bei BK Ref mal drauf, dann sieht man, er ist quasi die Nummer 2. Und die Nummer 1 ist Jason Tatum, der wirft 19,4 Mal pro Partie, Jalen Brown 17,9 Mal bei weniger Spielzeit, von daher auf 36 Minuten, ich kümmer mich, wie es da aussieht. Ja, werfen sie im Endeffekt gleich viel. Da aber dann Tatum mit der höheren Dreierfrequenz macht, dann hat er mehr Punkte, 27,2 zu 24,9, wie gesagt, auf 36 Minuten. Bleiben wir direkt mal da. Steals, Blocks, Bebeinung, Vergleich, Türenwassung, Vergleich, Fouls macht Brown mehr. Rebounds natürlich Tatum besser, 8,3 zu 6,0. Auch bei den Assists 4,9 zu 4,0. Und wie gesagt, Tatum trifft den Dreier besser. Dafür ist Brown im Zweierbereich besser unterwegs, oder genauer unterwegs. Okay, also ist er die Nummer 2. Cool. Dass Tatum Nummer 1 ist, ist ja eigentlich auch klar. Dann ist die Frage, okay, wer könnte denn jetzt, oder wer sollte denn vielleicht eine größere Rolle haben als Jalen Brown? Oder wer könnte dafür sorgen, dass die Rolle von Jalen Brown kleiner wird, ohne vielleicht auch, dass dieser Akteur oder die Akteure direkt die Nummer 2 sind? Da haben natürlich Christoph Porzingis. Der wirft jetzt pro Partie 13,2 Mal. Im Vergleich zu 17,9 ist das natürlich schon ein interessanter Unterschied. Derek White 11,4 Mal und Drew Holiday 10 Mal. Das sind so die drei Kandidaten. Das sind noch drei Kandidaten, die sehr gut von der Dreilinie werfen. Porzingis bei 5 Versuchen 37,5%. White bei knapp 7 Versuchen 40%. Und Holiday bei 5 Versuchen 44,4%. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das sind also die Kandidaten. Ich würde jetzt mal Leute wie Ed Horford oder Sam Hauser mal außen vor lassen, weil ich nicht denke, dass, wenn wir davon ausgehen, dass wir bei Brown Ballsitze wegnehmen sollen, die er benutzt, ja, diese sogenannte User Trade, dass wir die nicht unbedingt bei Leuten von der Bank eher sehen wollen, weil natürlich Shot Creation für sich selber und für andere, also Würfe kreieren, Chancen kreieren, das ist natürlich, ich will nicht sagen, exklusiv bei den Stars beheimatet, aber natürlich die, das können die halt sehr, sehr gut und deswegen sind die auch die Stars. Wir werden jetzt mal schauen, was so die Zahlen angeht, zum Beispiel die Advanced Stats vielleicht, also Usage Rate im Endeffekt bei den Celtics, dann ist Tatum Erster mit 30,1, dann kommt Jane Brown mit 28,7, dann kommt Porzingis mit 25,1, Lamar Stevens, lassen wir mal raus, der jetzt an vierter Stelle kommt, sondern Derek White ist dann bei 18,6, Drew Holiday bei 16,2, also alles so Kandidaten, ein bisschen weniger, wo man merkt, die haben nicht so viele Aktionen, die sie nehmen. Spiegelt ja auch das wieder, was so die Counting Stats halt sagen. Wir können verschiedene Statisten durch, wir können sagen, Player Efficiency Rating, das Porzingis sehr gut mit 23, auch noch besser als Tatum mit 22,2, Brown hat 18,9, was auch immer im Liga-Durchschnitt liegt und auch kurz vor Star ist. Wir haben, was weiß ich, was haben wir denn, Offensive Box Plus Minus, da ist es immer so, dass man ein bisschen genauer hingucken muss, die Leute mit wenig Spielzeit, zum Beispiel Drew Peterson hat das höchste Box Plus Minus, aber das ist natürlich nicht der beste Spieler, der Celtics, aber Tatum bei 4,4, Brown bei 1,2, das ist ein bisschen wenig, Derek White zum Beispiel bei 2,3, allerdings sind das ja auch Statistiken, die auch viel sich im Teamkontext bewegen, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen. Warp ist Brown auch nur Sechster mit 1,6, da sind andere vor ihm, aber wie gesagt, ich tue mich immer schwer damit, solche Statistiken über zu übersetzen in, na guck mal hier, augenscheinlich, der hat Probleme, der sollte mal ein bisschen weniger machen, die anderen sind da eventuell besser. Denn man muss immer sehen, was haben wir hier für Spieler, was haben die für Fähigkeiten und was braucht denn die Mannschaft von denen. Und abgesehen von Tatum und Brown haben wir mit White, mit Holliday, mit Horford, mit Hauser, mit Porzingis, sagen wir mal Peyton Pritchard, nehmen wir mal die 8, die kann man ja ungefähr in den Playoffs verorten, vielleicht auch Connett dann zu 9. Wenn wir ganz ehrlich sind, für sich und für andere kreieren, auf einem hohen Niveau, können nur Tatum und Brown und dann ein bisschen Holiday, Porzingis kann für sich selber natürlich halbwegs kreieren, weil er einfach in der Regel Leute darüber wegwirft, aber wirklich jetzt seinen Match abschlagen, zum Korb gehen, den Ball rauspassen, was ja nicht immer ein Assist sein muss, sondern was ja auch dann durchaus mal ein Hockey-Assist ist, also dass man quasi den Assist vor dem Assist spielt oder den Pass vor dem Assist so rum. Da muss ich sagen, ja, da finden sich jetzt nicht so viele Jungs, wo ich jetzt sagen würde, die machen das jetzt unbedingt viel besser als Brown. Aber, das, was der Freund Fantasilo hier angibt, mit der linken Hand zum Beispiel, das ist natürlich schon was, was durchaus real ist und was man auch beobachten muss, sein Offensiv-Rating ist auch nicht so gut wie das von manchem anderen im Team. Fakt ist aber, es gibt nicht wirklich so eine richtige Alternative. Drew Holiday ist ein wahnsinnig guter Spieler, aber wenn man jetzt sagen würde, pass auf, Drew, wir brauchen von dir, sagen wir mal 16 Würfer pro Spiel, du musst die Offensive starten für uns, sei es aus dem Pick'n'Roll, sei es jetzt, weil du, weil du nicht einfach in den ISO gehst und du ziehst eine Hilfe. Ich denke, das wäre für ihn vielleicht ein bisschen viel. Ich meine, er hat natürlich vorher in Milwaukee, auch in den Orleans eine größere Rolle gehabt. Das war auch schon 33. Ich denke, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Man würde sich natürlich wünschen, dass sich Jalen Brown verbessert, in diesen Aspekten, die auch genannt werden. Er ist 27, von daher ist er auch nicht mehr blutjung, aber immerhin auch nicht jetzt, dass man denkt, da kann gar nichts mehr passieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo die großartige Alternative ist, auch wenn man halt sieht, dass jemand wie Holiday mit seinen 44,4% Dreiern oder Derek White mit 40%, die scheinen ja auch abseits des Balles eben durch die Vorbereitung eben von Tatum und Brown auch sehr gut zu funktionieren. Also, dass man die jetzt reinwirft in eine andere Rolle oder ähnlich in eine Brown-Rolle, weiß ich halt nicht. Generell ist es aber natürlich so, das gilt aber auch für Tatum, würde ich sagen, im vergangenen Jahr haben wir den Playoffs das ja auch stellenweise gesehen. Was man sich wünscht bei Spielern, die eine große Rolle haben, ist, dass wenn sie an gewissen Abenden vielleicht merken, ich habe es nicht oder es läuft nicht oder irgendwie das, was ich normalerweise mache, das scheint heute nicht so gut zu funktionieren, weil der Gegner eben A, B, C macht, dann muss man einen Plan B, einen Plan C haben. Das kann natürlich vom Coaching auch ein bisschen reingebracht sein, aber als Spieler selber müsste man eigentlich auch da, muss man da auch selber eine Lösung finden oft. Da würde ich mir aber bei beiden, bei Tatum und Brown wünschen, dass wenn sie merken, das funktioniert nicht, dass sie dann nicht das Gleiche weiterhin machen. Aber das können wir erst beantworten, wenn wir dann in die Playoffs gehen. Das müssen wir dann sehen. Aber natürlich Brown, aber auch Tatum sind da nicht über jeden Zweifel erhaben. Das stimmt vollkommen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, wo die Spielanteile, die er jetzt hat, hingehen sollten und wo klar ist, das wird besser für die Celtics. Axel67 fragt vor ein paar Wochen hatte Kendrick Perkins mal rausgehauen, dass im Sommer angeblich ein Superstar zu den Lakers kommen wird, der ein perfekter Fit sein soll. Offenbar hauptsächlich für Anthony Davis. Wer könnte das deiner Meinung nach sein und wie würde das L.A. beeinflussen? Wenn ich es richtig erinnere, war damals die allgemeine Lesart, dass es sich um den Kollegen Trae Young handelt. Warum? Naja, ich denke, wenn ihr die Premium Podcast mit Dean auch ab und zu gehört habt, dann wisst ihr ja auch was, was Dean da ja so ein bisschen erzählt, dass es in der Vergangenheit schon Überlegungen gab in Atlanta, ob man nicht Trae Young lieber tradet. Dann kam ein neuer General Manager, jetzt war er auch andererweise zu lesen, naja, vielleicht doch lieber Trae Young traden als halt DeJounte Murray. Und das ist ja der einzige Superstar, über den momentan, wenn er überhaupt ein Superstar ist, wenn wir ehrlich sind, für mich ist das jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe das ja auch als sehr engen Begriff. Aber er ist ein Allstar, daran können wir uns ja einigen. Sprich, es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Allstar, der irgendwie gerade zu haben ist. Jetzt werden einige wieder aufschreien, sagen wir, was ist mit Donovan Mitchell. Das sind immer diese, wie soll ich das sagen, das sind so Narrative, an die so ein bisschen geklammert wird, über Monate, wo es eigentlich nichts Neues gibt, aber wo dann irgendwie versucht wird, das am Köcheln zu halten, einfach weil man da gedacht hat, der will ja vielleicht nach New York, New York wollte den doch, der will doch vielleicht da spielen. Es ist aber ein Cleveland, läuft sehr gut, er hat noch Vertrag, das kann irgendwann demnächst natürlich auf Wiedervorlage kommen, aber wenn er seinen Vertrag verlängert demnächst, dann ist er erstmal wieder auf dem Tisch. Von daher, da würde ich nicht sagen, dass es etwas bevorsteht. Und von daher, ich denke, es ging da wohl um Trey Young, weil natürlich, das war auch gleich zu erklären, ich meine, diese NBA-Bubble, gut, jetzt war ich ein paar Mal in den USA, jetzt geht es ja nächste Woche nach Miami wieder, ab und zu stupst man, da habe ich in mein Buch auch geschrieben, man stupst so ein bisschen rein und man kriegt so ein bisschen was mit hinter den Kulissen, also beispielsweise am letzten Sonntag, als die Sache da mit der Kobe-Statue war, habe ich auch mit dem einen US-Kollegen lange unterhalten mit denen und der hat sich auch ein paar Sachen erzählt, der ist aber jeden Tag da drin und es gibt natürlich so eine Art Flurfunk in der NBA und es gibt so Sachen, die vielleicht nicht öffentlich, bei ESPN, bei Kendrick Perkins immerhin diskutiert werden, einfach weil es Hintergrundinformationen sind, die man nicht unbedingt rausposaunen soll, zumindest bis zu einem gewissen Punkt nicht, aber man kann ja, das was man hört, eventuell dann auch raushauen, die man sagt, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand kommt oder ich habe gehört, das aber dann ohne Namen zu nennen und ich bin mir relativ sicher, dass er dann Trae Young gemeint hat, weil diese Gerüchte, die gibt es halt schon länger. Würde ja auch halbwegs passen, wenn man überlegt, wo wird Trae Young noch gesehen, in San Antonio, auch da geht es natürlich um die Paarung mit einem Big Man, der defensiv dominant ist, was Trae Young helfen kann, der defensiv eben nicht dominant ist, sagen wir es mal so, gleichzeitig bringt er Shooting, er ist ein Point Guard, dass alles was, all die Gründe, die sich nennen lassen für, hey, das ist der perfekte Spieler für San Antonio, für Victor Manjama, lässt sich auch nennen für das perfekte Spieler neben AD. Ob das so ist, wie gesagt, ich finde es keine gute Idee, Trae Young nach San Antonio zu bringen, zu AD, also nach zu den Lakers, auch dann vielleicht noch mit LeBron, da würde ich auch erstmal sehen wollen, wie sowas funktioniert, auch weil natürlich, ich sage, Trae Young ist jemand, der gerne den Ball in der Hand hat und eigentlich nicht so gut zurechtkommt, wenn er den Ball nicht hat, LeBron aber den Ball trotzdem auch mal ganz gerne will, warten wir es mal ab. Aber außerhalb von Trae Young fällt mir jetzt ehrlicherweise nichts ein und mal schauen, ob der gute Kendrick recht hatte, das können wir dann ja in ein paar Wochen sehen. El Professor fragt, die Indiana Pacers werden aller Voraussicht nach ab nächster Saison mit Siakam und Halliburton, also Pascal Siakam und Harris Halliburton, zwei Spieler mit Maximalverträgen langfristig im Kader haben, durch das neue CBA wird auch nicht mehr gehen. Kann man mit Siakam und Halliburton als deine zwei besten Spieler Meister werden? Naja, also wir reden ja hier nicht über die Meisterschaft im All-England-Tennis-Club im Doppel, also wir spielen ja fünf gegen fünf. Das sind zwei All-NBA-Spieler, oder zumindest eine, Paulibert und Mannheim, wenn nicht All-NBA, also andere sind zwei, aber All-Stars. Wenn der Rest der Mannschaft richtig, richtig gut ist und sollen wir davon ausgehen, dass die beiden nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein könnten, derzeit, sondern der zweitbeste, aber du hast dahinter vielleicht in absehbarer Zeit vier, fünf Leute, die alle drittbeste Spieler sein könnten, dann kann man natürlich noch Meister werden. Kann man nur mit den beiden, kann man da jetzt seriös voraussagen, mit den beiden kannst du Meister werden? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich kann man das über niemanden. Also würdet ihr sagen, mit Tatum und Brown kann man Meister werden? Würdet ihr sagen, mit AD und LeBron wird man auf jeden Fall Meister? Oder kann man Meister werden, realistischerweise? Wir können das mal durchdeklinieren, einfach jetzt, ohne dass ich den zweiten Teil des 1, 2, 3 Podcasts, wo wir genau darüber gesprochen haben, mit denen vorgreifen will. Aber wenn wir nur Duos haben und wenn wir sagen, wir gucken uns auf diese Duos und wir gucken die nächsten vier Jahre, sagen wir mal. Und beantwortet mal selber, auf euch im Kopf, die Frage, werden die wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde ich sagen, legen wir uns mal relativ hoch an. Also werden die in 50% der Fälle werden die Meister in diesen nächsten vier Jahren. Oder haben sie 50% gewahrscheinlich, dass sie Meister werden? Also Brown und Taton? Wahrscheinlich nicht. Jetzt momentan läuft es ziemlich sehr gut, aber wenn wir es nur mit diesen beiden sehen, würde ich sagen, nein. Dame Lillard und Yannickson Dutokumbo? Hört sich wahnsinnig gut an. Klappt dieses Jahr mal gut, mal schlechter, mal besser. Aber da würde ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Donald Mitchell und Evan Mobley? Donald Mitchell und Jared Allen? Ich glaube nicht. Jaylen Brunson und Julius Randle? Ich glaube nicht. Franz Wagner und Paolo Banquero? Ich glaube nicht. Joel Embiid und Tyrese Maxey? Ja, eventuell ja. Aber selbst da, also selbst wenn du mit Embiid jemanden hast, der immer fit wäre oder so, MVP, ihr merkt schon, das wird schwer, wenn ich sage, natürlich werden die Meister in den nächsten paar Jahren. Das ist, nein. Doch da würde ich mich nicht das zu ihnen reißen lassen. Wahrscheinlich auch nicht bei Janis und Dame. Aber wie gesagt, das ist einfach eine ganz, ganz schwere Frage. Miami, Butler und Adebayo? War jetzt ein paar Mann Finals, aber war nicht wirklich nah dran, da was zu gewinnen, oder? Chicago, müssen wir gleich drüber reden. Atlanta nicht, Brooklyn nicht, Toronto, qualisch, müssen wir drüber reden. Oklahoma City, Shea und Chad? Glaube ich nicht. Murray und Jokic? Da müssen wir sagen, ja, das ist das beste Dude der Liga. Edwards und Cat? Nee. Kawhi und George? Nee. Ingram und Zion? Nein. Booker und Durant? Nee. Jokic, äh, Donchic und Irving? Auch nicht. Wie gesagt, LeBron und AD? Nein. Green und Curry? Nee. So, und dann sind wir schon bei den ganzen Lottery-Teams. Es gibt das, was ich damit sagen wollte, dieser ungelenken, viel zu langatmigen Präambel hier. Es gibt diese Garantie halt nicht. Du brauchst eben eine Mannschaft, die dahinter funktioniert. Du kannst mit Janis und mit Dame kommen, realistischerweise, das ist ja echt ein tolles, toll passendes Duo eigentlich. Naja, aber du brauchst Verteidiger, die für Dame halt da mitverteidigen. Du brauchst einen Coach, du brauchst all die anderen Sachen, die du brauchst, weil es eben kein Doppel-Tennis ist. Oder es ist Beachvolleyball. So, und von daher, wenn wir jetzt das schon mal im Hinterkopf haben und dann die Frage anders stellen und sagen, hey, das ist Jackemann, Halliburton, ist das denn, investierst du denn da nicht zu viel Geld in zwei Leute zusammen, die einfach zu viel Hilfe noch brauchen, um realistischerweise Meister zu werden? Das ist ja eigentlich die Frage. Oder kannst du in einem Katalog rumbauen, dass das passiert? Da muss man sagen, wahrscheinlich in dem Sinne nicht, weil es beide nicht total dominant auf MVP-Niveau spielen können, wahrscheinlich zum Rest ihrer Karriere. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das schlimm? Also, was erwarten wir denn? Erwarten wir, dass alle 30 Teams, das habe ich ein paar Mal letztendlich gesagt, nur dafür dabei sind, um Meister zu werden. Ich meine, klar, es gibt im Football diese schöne Geschichte damals, was war es von Herb Edwards? You play to win the game. Was war es von Herb Edwards? Ich glaube, ja. Ja, aber nochmal, wenn wir nur davon ausgehen, entweder wir sind auf dem Weg zu zwei Spielern, die uns zum Meister machen können oder zur Meisterschaft generell, oder wir sind es halt nicht und dann ist nur Tanking angesagt, naja, also dann müssen wir sagen, dann müsste sich eigentlich, das habe ich ja gerade durchexerziert, dann müssten sich 26 Teams vom Spielbetrieb abmelden, weil die das ja augenscheinlich nicht hinbekommen oder müssten direkt tanken oder sind auf dem Weg jetzt zum zweiten Star. die Spurs müssen natürlich nicht tanken, die müssen einen zweiten Spieler finden. Aber das kann es ja nicht sein, das kann es ja nun wirklich nicht sein. Sogar im Basketball ist es auch ein bisschen mehr als nur diese beiden Superstars zu finden und dann zu gucken, dass man dann irgendwie Meister wird. Wenn wir zurück, schau ich mal, als Milwaukee Meister geworden ist. Jannis und Middleton, Jannis und Holiday, habt ihr da vorher das Gefühl gehabt, die wären sicher Meister? Wahrscheinlich nicht. In Verbindung mit Lopez, mit all den Sachen, die sie hinter hatten, mit der Defensive und so blablabla, da vielleicht dann schon. Kawhi Leonard und Pascal Siakam und Rafael hat man da das Gefühl, Meister zu werden? Wahrscheinlich nicht. Sind Meister geworden? Gut, aber auch nur, weil sich dann Kevin Durant und Klay Thompson in den Finals verletzt haben. Die Golden State Warriors, gut, Curry und Durant, da müssen wir nicht überreden natürlich. Cleveland 2016, Kyrie und LeBron, hatte man da den Eindruck, dass die unbedingt Meister werden? Wahrscheinlich eher nicht, auch weil der Rest vom Supporting Cast nicht so wirklich gut war. Hat aber dann geklappt. San Antonio, war man sich bewusst oder sicher, dass Tim Duncan, Tony Parker, Mano Ginobili Meister werden? Gut, zehn Jahre vorher vielleicht, aber nicht 2014, wo die alle schon wirklich over the hill waren und einfach die Infrastruktur des Teams das Ganze geholt hat. Miami, okay, Wade und LeBron plus Bosch, oder Wade und Bosch, die nachdem, wie man das sehen will. Klar, die haben wir alle als umschlagbar angesehen. Die Mavs, Dirk und, tja, wer jetzt eigentlich? Terry, Dirk und Kidd, das war das Team, wo wir gesagt haben, die werden Meister unbedingt? Ich glaube nicht. Die Lakers mit Kobe und Pau, ja, da hat man ein gutes Gefühl. Die Celtics damals mit, ja, in dem Fall Pierce und Garnett, da hatten wir auch ein gutes Gefühl. Dann die Spurs, dann die Heat mit, ja, im alternden Check, da ging es ja langsam, da ging es ja noch ganz gut, aber die Heat hat in der ganzen Saison hat die keiner auf der, hat keiner gesagt, okay, die werden Meister, wenn die einfach scheiß Basketball gespielt haben, am Ende haben sie zusammengerissen und haben es dann halt durchgezogen. Die Pistons, Ben Wallace und Rashid Wallace, Ben Wallace und Chauncey Billups, als die zusammengestellt wurden, hat keiner begrennt, dass die Meister werden. Klar, Kobe und Check, und dabei lassen uns jetzt mal, das sind die 2000er, da hatten natürlich viele, viele die Idee, dass die das schaffen könnten, aber die hätten es ja bis zum Frühjahr schon schaffen können, nur hat dann auch nicht funktioniert, bis sie eine gewisse Reife hatten, bis dann halt Phil Jackson da war. Also, ich sage nicht, dass hier kann man Halliburton unbedingt Meister werden. Ich sage, auf der einen Seite ist es eben nicht zwei gegen zwei, auf der anderen Seite kann das nicht der einzige Gradmesser sein dafür, dass man Basketball spielt, wenn man nur solche Spiele hat oder sagt man tankt. Und es gibt immer wieder Ausreißer in der Geschichte der NBA, wo Teams Meister geworden sind, wo Duos diesen Mannschaften vorstanden, die eben nicht klar das beste Duo der Liga war. Von daher, ich finde es gut, was die da machen, was sie versuchen. Eigentlich könnte man auch sagen, so ein Team wie Indiana, die haben ja keine Chance. Kleiner Markt, Free Agency ist eigentlich tot. Du kannst ja nur über die Draft kommen. Also heißt, wenn du ein paar Drafts hast und du triffst nicht innerhalb von vier Jahren zweimal komplett ins Schwarze mit deiner Draft, dann kannst du eigentlich direkt schon wieder alles einreißen, weil dann bist du nicht gut genug und dann kommst du ins Mittelmaß. Das ist eigentlich nicht die NBA-Welt, in der ich leben will und in der sollten wir auch gedanklich nicht leben und dann solche Sachen jetzt hier, wie Siakam und Halliburton irgendwie total in Frage stellen, sondern dass ein Duo das Top zusammen passen wird. Sie haben junge Spieler, die sich noch weiterentwickeln können und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch passiert. Zumal man ja auch sagen muss, man kann ja auch spielen und einen Vertrag nehmen und dann nochmal traden und man später nicht erst mal einen Vertrag nimmt zum Traden, aber wenn man sie merkt, es passt irgendwann nicht mehr und Spieler sind noch halbwegs im Saft, kann man natürlich auch nochmal was ändern. Also das ist nicht so, dass die jetzt ihre mittelfristige Zukunft komplett aufgegeben haben, weil sie jetzt auf die zwei falschen Spieler gesetzt haben. SK fragt, siehst du die Zukunft von Vasilya Micic in der NBA? Ja, das war, ich will nicht sagen, das war zu erwarten, weil so habe ich es ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass er sich so schwer tut, in der NBA anzukommen. Jetzt wahrscheinlich mitverfolgt, in Oklahoma City, ja, gut 30 Spiele gemacht, 12 Minuten, 3,3 Punkte pro Spiel, ja, einfach nur Garbage Time. Aber wir sehen jetzt, nach dem Trade nach Charlotte, 11 Punkte, 6 Assists, 2 Rebounds, spielt 26 Minuten, gut, 3er Quote mit 31,5 Prozent könnte besser sein, keine Frage, aber die 2er Quote mit 53,9, die ist, die ist gut. Mal gucken, was da passiert, wenn Lonzo Ball zurückkommt nächstes Jahr, und so, aber ich glaube, die Rolle für ihn war ja eh realistischerweise Backup, ein Veteranen-Backup, der reinkommt, wahrscheinlich ein bisschen besserer, Pablo Prigioni wahrscheinlich, wer den auch kennt, und die Rolle würde ich ihm jetzt auch auch andichten wollen für die nächsten Jahre. Er ist jetzt auch kein blutjunger Rookie mehr, er hat noch Vertrag bis 2026, ich weiß eigentlich nicht, ob das eine Spieloption am Ende ist oder so, oder eine Teamoption. Aber generell brauchen ja gerade so erfahrene Euroleague-Spieler auch manchmal nochmal ein Jahr extra, um dann reinzukommen in der NBA. Bei Sascha Wiesenkow sehen wir das ja auch, obwohl er jetzt auch verletzt ist bei den Kings. Von daher warten wir es ab, aber ich denke, Backup, einem guten Team, da denke ich, dass wir da, ja, das wäre so eine Rolle, die könnte ich mir gut vorstellen für Vasily Miechic. Und jetzt, eine kurze Auszeit. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch über eine Sache erzählen, die mich zuletzt einfach sehr, sehr glücklich gemacht hat. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Von daher, bleibt kurz dabei. Also, was ihr wisst ist, ich bin 50, Dank mit 50 war mein großes Ziel. Mit einer Hand habe ich es ja auch geschafft. Da muss aber noch mehr gehen und da arbeite ich dran, bis ich dann um 51 bin wahrscheinlich. So, das wisst ihr alles. Was ihr nicht wisst, als ich noch aktiv gespielt habe, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ich hatte arge Probleme mit meinem Knöchel. Vor allem mit dem linken Knöchel mehrfach umgeknickt, Bänderrisse, Bänderdehnung und das war so das absolute Lowlight. Ich habe mir das Schienbein gebrochen, als ich umgeknickt bin. Das Schienbein, müsst ihr euch vorstellen, wenn das hier der Knöchel ist, das ragt da eine Seite so ein bisschen rüber auf der Innenseite und ich bin so umgeknickt, dass hier der Fuß gegengeschlagen ist und das Schienbein diesen Fortsatz abgebrochen hat. Ich war monatelang raus, dann irgendwann bei rechts das Knie auch dann mit dem Knorpelscham betroffen, was irgendwie mal alles zusammenhängt, rechts und links. Naja. Fakt ist, das war ein Trauma. Danach, auch wenn ich immer noch mal wie gespielt habe, ich habe dann auch beim Hürter BC, der dies Jahr übrigens 50 wird, schöne Grüße an der Stelle, habe ich dann auch dazu noch mich mal bereitschlagen lassen, noch mal der dritten Herrn zu helfen und sowas und dann habe ich auch immer echt Bandagen und am besten noch mit Tape, wenn das irgendwie ging. einfach weil ich so Paranoia hatte, dass da noch was passiert. So. Jetzt war ich letzte Woche in L.A. und ein paar Wochen vorher war mir in meiner Instagram-Timeline gespült worden, hey, es gibt da was Neues auf dem Knöchelbandagenmarkt, es gibt Better Guards. Ich dachte mir, gut, was soll man da jetzt großartig neu machen, also das Kleppverschluss, das ist dann fest und gut ist, am besten ist immer Tapen. Dann habe ich aber gesehen, dass die, die BG Power Technology, nennen die das, benutzen und das ist quasi wie ein Sicherheitsgurt für die Außenseite, also dass man eben nicht so nach Außenheit oder nach innen, wie ihr das sehen wollt, umknickt. Und das fand ich sehr interessant und dann habe ich mir diese Bandagen zuschicken lassen, hatte die jetzt mit in L.A. Ich würde sie euch auch gerne jetzt hier zeigen, Problem ist, die sind noch in meinem Koffer und mein Koffer ist irgendwo zwischen München und Hannover, ich hoffe, der kommt morgen oder so, nächste Woche im Livestream, da zeige ich es euch genau. Jedenfalls habe ich dann mir das schicken lassen, ausprobiert und es ist wirklich so, das ist dann, ja, so ein Sicherheitsgurt, anders kann ich es auch nicht bezeichnen. Ich muss mal jemanden fragen, was genau das eigentlich dann ist, aber wenn man dann daran zieht, man zieht schnell, bewegt sich da halt nicht und zieht mal langsam, dann kann man das halt auseinanderziehen. Und habe natürlich dann immer das probiert, bevor ich es angezogen habe und das, ja, hat genauso funktioniert, wie das da auch stand, dann habe ich die angezogen und man hat dann so zwei Klettverschlüsse, die man noch rumzieht und das saß alles bombensicher und ich habe mich einfach gut damit gefühlt und dann habe ich in Venice, ich habe jetzt nicht fünf gegen fünf oder drei gegen drei gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich war halt so kurz davor, doch irgendwo mit reinzuspringen. Die Jungs, mit denen ich da auf den Tripper waren ja auch dann da oder viele von denen waren da, aber ich habe einfach drei Stunden da Vollgas gegeben, habe meine Moves gemacht, harte Cuts, viel geworfen und wie gesagt, das hat mich einfach wahnsinnig glücklich gemacht. Wenn ich hier draußen auf meinem Freiplatz bin, da habe ich sonst immer geguckt, dass ich jedes Blatt, jede aufgebrochene Nuss da weggekehrt habe, bevor ich gespielt habe, eben weil ich so eine Paranoia hatte, irgendwo drauf zu treten, dann knickst du halt um und jetzt, ich glaube, jetzt geht einfach sehr, sehr viel mehr und mir ist da echt so ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen. Von daher, ich zeige es gerne, ich sage, nächste Woche euch mal im Livestream mal genauer, wenn ihr schon denkt, oh, das finde ich aber trotzdem schon mal ganz interessant, was er jetzt gerade erzählt hat, kann ich denn da auch irgendwie schon mal rangehen? Na klar, ihr könnt auf betterguards.de slash dank mit 50, ich tue es auch in die Folgenbeschreibung, könnt ihr raufklicken, da gibt es dann 15% Rabatt auf die Bestellung. Schaut einfach mal rein, was das für euch ist. Aber wie gesagt, nächste Woche zeige ich es noch mal im Gänse, wie das Ganze aussieht. Ich bin auf jeden Fall bis jetzt mega geflasht, ich meine, mir ist auch klar, da kann ich alle Verletzungen verhindern, natürlich nicht, mein Gott, es gibt ja auch eine ganze Menge Art von Verletzungen, die man da haben kann, aber ich habe mich, ich würde sagen, seit 1900, wann habe ich letztes Mal in der Bundesliga gespielt mit Tape, zwar in der Bundesliga, 1996, nicht mehr so sicher gefühlt und das will was heißen. Von daher, checkt es gerne aus, wenn ihr damit auch Probleme habt oder wenn ihr einfach denkt, oh, das ist ja toll, dass es so eine Technologie gibt, muss ich mal ausprobieren. Ich bin bis jetzt heilauf begeistert und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Weiter geht's mit Pö, und jetzt wird mir ein bisschen warm, muss ich die Mütze absetzen. Pö fragt, das natürlich auch schon in der Vergangenheit, stört dich das beim Anschauen eines Spiels und mindert das deiner Meinung nach die Wertigkeit solcher Rekorde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hiermit so richtig gemeint ist. Also Stat-Padding hat ja nichts damit zu tun, was zum Beispiel Daniel Gafford gemacht hat. Daniel Gafford hat das Streak ist ja mittlerweile gerissen, war kurz davor Will Chamberlains ewigen Rekord für Feldwürfe, die in Folge ohne Fehlwurf verwandelt wurden, einzustellen oder auch zu überholen. Hat er mir nicht geschafft, weil, glaube ich, ein Tipptank war, dass da nicht reinging. Vorher waren es nur Dankversuche, ja. Deswegen hat, glaube ich, auch der Len Werle witzigerweise getweetet gehabt, Mensch, Gafford ist kurz davor, wild einzuholen. Das ist eine tolle Leistung von von Luka Doncic, denn der hat ihm die Pässe ja in der Regel serviert. Der hat ja auch jetzt diesen Stück 5, 6 Spiele mit 30 Punkts, Triple Doubles. Aber das ist kein Stat-Padding. Also ich will mich nicht an irgendwelchen Vokabeln hier aufhalten, aber Stat-Padding ist eigentlich, dass man zum Beispiel in Spielen, die schon entschieden sind oder generell einfach um gute Zahlen aufzulegen, mehr oder weniger leere Statistiken auflegt, ohne dass jetzt das Team großartig was davon hat und irgendwie Spiele gewinnt. Also sowas wie damals Ricky Davis, der nochmal irgendwie auf den eigenen Korb geworfen hat und dann Rebound zu holen, um ein Triple-Double zu bekommen. Sowas in der Regel. Das ist halt Stat-Padding oder das ist ein sehr krasses Beispiel oder damals bei Westbrook, dass da wohl es eine Ansage gab, dass Center keinen Rebound zu holen sollten, wenn er die denn bekommen könnte für seine Triple-Doubles. Das ist Stat-Padding. Oder generell zu versuchen, gewisse Stats zu forcieren, also wenn man mehr wirft und so, als man nicht sollte. All das kann ich hier aber bei den angesprochenen Sachen nicht erkennen, es sei denn, ich habe irgendetwas in Spielen nicht gesehen, wo irgendein Spiel das mega übertrieben hat. Aber zum Beispiel bei Gafford, das ist einfach Basketball. Also der kriegt Würfe serviert in der Zone, also so nah am Regen, wie es irgendwie geht und er haut die Dinger da oben rein. Das hat nichts mit Stat-Padding zu tun. Wie man jetzt eine Leistung von Gafford, ich schieße mich einfach mal auf die Leistung ein, mit der Leistung von Chamberlain eine Relation setzen will, das ist natürlich eine andere Frage. Aber da kommen wir an einen Punkt, den ich jetzt auch letztens, ich weiß gar nicht, mit wem ich das, mit Dean habe ich das lange auch in L.A. diskutiert. Da kommen wir an einen Punkt, der generell, glaube ich, gerade ein Problem ist. Da kommen wir nachher auch nochmal zu, direkt bei der nächsten Frage gleich. Wenn ich mir nur Zahlen anschaue, ohne Kontext, und Kontext können natürlich verschiedene Sachen sein, aber für mich im Basketball ist der Kontext einfach auch, dass ich mir Spiele anschaue. Beispielsweise in dem Fall, wenn ich nicht weiß, wie Will Chamberlain gespielt hat und ich nicht weiß, wie Daniel Gafford jetzt seine Körbe gemacht hat und ich nur die Zahlen sehe, dann kann ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nach kann ich nicht bewerten, was jetzt höherwertig ist. Der Rekord von Wild oder der Rekord jetzt. In dem Fall kommt der Schwerhante hinzu, dass natürlich die 60er Jahre relativ blinder Spots sind. Also natürlich kann man auf YouTube ein paar alte Szenen von Chamberlain sehen. Wir hatten ja auch in der Hall of Game-Folge über Chamberlain wieder auch viel abgehoben. Aber man kriegt schon einen guten Eindruck davon, wie der Basketball gespielt hat und wie überlegen der stellenweise war, weil er das ja auch nicht unbedingt immer nur hier seinen Fingerroll gebracht hat oder Dunks, sondern dass er auch viel mit Fadeaways und so gearbeitet hat, was ja eigentlich blödsinnig war in der Zeit, wo er Kopf größer war als alle anderen. Aber als er schon über Skills kam, das erkennt man dann ja schon. Jedenfalls, um wirklich das einordnen zu können, muss man sich schon Spiele angucken, in dem Fall von Gafford und von Chamberlain. Wenn man Triple-Double von Donchic oder die Triple-Double-Serie bewerten will, ist das jetzt hochwertig, ist das weniger hochwertig, muss man sich die Spiele angucken, wo er diese Zahlen aufgelegt hat, war das im Flow der Offensive, war das eventuell, hat das seinem Team eher geschadet, weil er sich zu viel geworfen hat oder so. Das muss man angucken, muss man die auch bewerten können. Da müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, Russell Westbrook war vorher in der Rekordhalter, da muss ich da mal vielleicht ein paar Spiele von an. Fakt ist aber auch, dass Rekorde, naja, wir stehen alle irgendwie auf Rekorde, um was einzuordnen in historisch oder so. Aber gerade wenn wir noch bei den 60er Jahren sind, in den 60er Jahren war die Spielgeschwindigkeit absurd hoch, die Wurfquoten waren absurd weit unten, der Basketball war noch nicht auf dem Skill-Level, wie er jetzt ist, deswegen gab es halt diese wilde Phase und wie alles ging, aber nichts reinging. Das muss man wissen, um Zahlen einordnen zu können, aber diese Mühe machen sich ja die allermeisten gar nicht mehr. Auch jetzt zum Beispiel in der Goat-Diskussion wird diese Mühe ja oft auch nicht mehr gemacht. Und deswegen die Wertigkeit von diesen Zahlen jetzt, also ich glaube, wenn jemand sagt, Daniel Gafford ist besser als Will Chamberlain, dann sollte man ihm auf jeden Fall das Leakpass-Abo kündigen und sagen, er sollte lieber einen anderen Sport suchen, weil augenscheinlich, also wenn er das wirklich ernsthaft behauptet und irgendwie auch noch da voll hinter der Meinung steht, dann, naja, dann kann man ihm, glaube ich, nicht mehr wirklich helfen. Wenn man aber den Rekord von Gafford sieht und denkt, oh krass, und Chamberlain, der hat das auch gemacht und dann durch so einen Rekord eine Neugier entsteht, um zu sehen, okay, also was hat denn der Chamberlain eigentlich gemacht? Wie, also wie wertlich ist denn dieser Rekord? Dann sind Rekorde gut. Aber leider Gottes ist es ja wirklich so, dass BK Ref kennt damit alle jeder oder BK Reference. Da werden Zahlen einfach nur gelesen, werden gedanklich in die heutige Zeit übertragen, ohne den Kontext zu kennen und dann muss man sagen, ja, ist es leider irgendwie alles nichts wert, was aber dann nicht unbedingt mit den Rekorden zu tun. Es gibt Rekorde, die heute wahrscheinlich schwerer zu erreichen sind als ich in den 60ern und es gibt Sachen, die heute leichter zu erreichen sind als in den 80ern oder 90ern. Aber da muss man immer ein bisschen genauer hingucken. Und das bringt uns jetzt zur folgenden Frage und da sage ich direkt, mir ist es jetzt schon ein bisschen warm, der muss ich einmal kurz ausziehen, weil, oder zumindest das Hemd hier, den Hulli, weil das jetzt einfach, es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen lauter wird. Also Chris Meyer fragt, ist der Done with the 90s Trend OG-Bashing, sollten wir die TikTok-Kids ernst nehmen? Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was das ist. Ich musste das nachschlagen, habe ich dann gemacht und dann habe ich gemerkt, ach so, daher kam das, was mir der Len letztens geschickt hat. Len Baird hatte mir letztens, oder Mia und Ole, hat er uns weiter verlinkt auf, wie heißt das, auf Twitter. Und zwar so ein Video von so einem Typen, der meinte, ey, guck euch hier Patrick Ewing an, Trash-Typ, hatte keine Moves, Trash-Center, blablabla. Und meinte nur selber, warum wir den mal einladen zu Hall of Game? Ich dachte so, hör, witzig, witzig, hat er irgendeinen so kognitiv, sehr eingeschränkten Menschen auf YouTube gefunden. Naja, habe ich dann auch auf Gefällt mir geklickt, aber das war es dann auch. Aber augenscheinlich war das kein Einzelfall, sondern es gibt momentan, ich habe das schon gegoogelt, einen Trend, dass relativ jüngere Menschen sagen, hey, I'm so done with the 90s, also hört mir auf mit den 90ern. Ich habe mir das mal angeguckt, die Jungs, die können alle kein Bassball spielen. Und dann gibt es verschiedene, wie immer, solche Clips mit irgendwelchen Lowlights, etc. Und ja, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich an Dummheit nicht mehr zu überbieten, was da stellenweise erzählt wird. Also das ist wirklich, wirklich, wenn das mein Sohn wäre, meine Tochter wäre, die so was, die so argumentiert, da würde ich mich wirklich fragen, was eigentlich in der Erziehung falsch gelaufen ist. Also bei uns als Familie, aber auch bei der Schule, an der er war, weil also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Vielleicht da. Ich glaube, die allermeisten, die hier zuhören, wissen, dass ich als älterer Mensch, der Ende der 80er zum Bassball kam, sich die 90er erlebt hat, eigentlich niemand bin, der für die 90er eine großartige Lanze bricht. Sondern, das sage ich ja immer hier, in allen Sportarten, außer vielleicht Leichtathletik oder andere Sportarten, wo, wenn man nachhilft, durch gewisse Medikamente, die man sich zu Gemüte führt, ist es ja nun mal so, dass sich Sportarten einfach entwickeln, über die Jahrzehnte, entwickeln, entwickeln, entwickeln und der Skill-Level oder die Leistung, sagen wir es mal allgemein, eigentlich immer steigern lassen. Außer in Sportarten, wo vielleicht noch vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren irgendwie alles ging und man sich alles reinballern, na nicht durfte, aber man konnte sich das halbwegs alles reinballern, ohne dass man erwischt wurde und es gab auch dann nur die Staatsdoping und sowas. Da gibt es natürlich manchmal Leistungen, die einfach immer noch nicht erreicht werden wieder mit legalen Mitteln. Aber wenn wir beim Mannschaftssport bleiben, ich sage nicht, dass es im Mannschaftssport kein Doping gibt, aber wenn wir beim Mannschaftssport bleiben, Fußball, Basketball, das sind die beiden, die jetzt am geläufigsten sind, da kann mir, also da kann ja keiner in gutem Wissen sagen, naja, also in den 60ern, 70ern, da hat das Niveau oder in den 80ern, 90ern, das ist das Niveau, da war es an höchster Stelle und danach ging es nur noch back up oder es ging nicht mehr höher, es ging immer noch gerade. Nein, das ist einfach nicht so. Wir haben, ich spreche da mal jetzt für die beiden Sportarten, ich weiß nicht, wie es im Handball ist, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder im Wasserball. Fußball und Basketball haben wir ein Niveau momentan, das ist so hoch wie noch nie, wenn wir uns, wenn wir das vergleichen, was heutzutage athletisch, spielerisch, entscheidungsfindungstechnisch verlangt wird, von, nicht nur von sich, von einem Superstar, sondern von, in der Breite, von Mannschaften, von ganzen Ligen, vom Sport auf höchstem Niveau, dann muss man sagen, das ist so weit weg von dem, was in den 60er, 70er, 80er, 90ern gelaufen ist. Das ist schon stellenweise ein anderer Sport. Punkt. Diese Entwicklung ist aber auch natürlich, allein durch die Entwicklung vom Internet hat sich ja da so viel auch getan, dass einfach Informationen jetzt auch weltweit sofort verfügbar war, irgendwann dann Mitte, Ende der 90er. Das ist nicht mehr so, wie früher war, dass wenn du Nationen hattest, wie die USA, Basketball, die weit vor waren, dass deren Wissen einfach nur durch Coaching-Klinics rübergeschwappt ist und so und dann immer natürlich so ein Flaschenhals gab, was Trainingsmethodik anging oder eben auch Trainingsmethodik, sich zum Beispiel aus dem alten Jugoslawien in den Rest der Welt und so. Das war einfach eine ganz andere Welt als jetzt. Jetzt leben wir auf einem Niveau, das es so noch nie gab, weil die Trainingsmethodik besser geworden ist. Jedes kleine Kind, was sich interessiert für eine Sportart, kann sich die Besten dieser Sportart angucken auf YouTube etc. Das ist alles nur einen Klick entfernt. Eine Inspiration, früher gab es schon mal einen Big Man, die geworfen haben vor Dirk Nowitzki, natürlich, wie Bob McAdoo oder Jack Sigma oder so oder auch ein Bill & Beer, haben die meisten Jugendlichen aber nicht gesehen, vor allem nicht im Rest der Welt, aber auch in USA nicht unbedingt, weil es keinen League Pass oder ähnliches gab. Wenn man auch jemanden wie Dirk Nowitzki dann gesehen hat und man ist fasziniert davon, der ist ja 2,13 Meter, der wirft ja 3, ich bin auch ziemlich groß, ich mache das auch, ich lasse mich nicht vom Trainer erzählen, dass ich das Center nur mit dem Arsch unten am Zonenrand parken muss, dann entwickeln sich solche Spiele. Viele, viele, wahrscheinlich Stretch Big Men sind den Basketball verloren gegangen, weil das in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern nicht gerne gesehen war, dass sowas gemacht wurde. Also, wenn man das schon mal versteht, das ist eine kontinuierliche, in der Regel, manchmal sogar auch, hier, wie heißt das nochmal, was haben wir bei Covid gelernt, exponentielle, das ist was ich meine, manchmal explodiert auch so eine Leistung. Das haben wir, das haben wir alles gesehen, so als der Bus bei den 90ern schlechter war als jetzt, ja, total, ist so, aber ist auch vollkommen okay. 90er, muss man aber auch wissen, waren die Regeln andere, Handchecking, Schrittfehler war, muss man sagen, was da damals gepfiffen wurde, war viel näher dran, an dem, was wir aus Europa kennen und konnten, als heute, mit Gather, Step etc., Dribble-mäßig. Also, da war, ein Beispiel, ich war zwar nicht in der NBA, aber ich war ja in der Highschool. Ich war relativ von den Socken, als ich quasi zum ersten Mal so eine Art Eurostep gemacht habe, was der Amazon-Türkling noch nicht so hieß, also quasi Korbleger rechts, links, dann Korbleger, dass im Training mein Coach, pass auf, sorry, das können wir nicht machen, das ist ein Schrittfehler. Was ist mein, hell, ich habe doch gedribbelt und dann habe ich eins, zwei. Ja, aber die Schritte waren so weit auseinander, das ist Schrittfehler. Auflösender Center-Schritt, also quasi, ne, auf jemanden zu dribbeln, was wir gelernt haben in der B-Jugend damals, jemanden zu dribbeln, abspringen, mit beiden Füßen landen, Täuschung, ein Schritt vorbei und dann mit beiden Beinen abspringen, Korbleger, Schrittfehler in den USA. Ich würde mir fensterlehrend sagen, dass das heute nicht mehr so ist. Früher, wenn du den Ball nicht von oben gedribbelt hast, sondern du bist so ein bisschen zur Seite gekommen, direkt, Doppeldribbel, Dribbelfehler. Das waren alles Sachen in den 90ern, die noch real waren. Plus der Tatsache, dass damals, wenn man mit großen Spielern agiert hat, das hat man ja, deswegen sage ich, da stand immer mindestens ein Spieler auf dem Feld, der konnte am Ball, der konnte den aufpumpen und einfetten und danach ins Ballrecke legen, aber das war es halt. So. Klar, wenn man mit heutigen Augen auf das, auf die Zeit guckt und all die Sachen nicht im Hinterkopf hat, denkt man, da waren natürlich viele Jungs dabei, die waren ziemlich trash und wenn ich da noch hingehe und einfach mir bei irgendeinem windigen YouTuber seinen Supercut zusammen gucke von irgendwelchen Blupern aus den 90ern, die MBL-Tamts ja selber solche Bluper-Reels zusammengeschnitten bei diversen Highlight-Videos, ja, kann ich relativ schnell, wenn ich überhaupt nicht mehr nachdenke in meinem Leben, zu dem Schluss kommen, oh, die 90ern, und die waren ja halt total blind. Aber was soll ich sagen, das hat eben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn man auch nur halbwegs sich zehn Minuten Gedanken macht über all die Sachen, die ich gerade erzählt habe, dann auch nochmal Spiele von damals vielleicht sich nochmal anguckt, dann kann man es auch einordnen und dann kann man es auch erklären und dann geht einem vielleicht auch ein Licht auf. aber man kann sich natürlich auch sehr, sehr leicht machen und sagen, ich recherchiere mir doch hier mein Narrativ nicht kaputt. Heute war geil, Jordan war trash, Jordan war heute nicht mehr der fünfbeste Spieler der Liga, kann man alles sagen. Aber ich glaube, der Chris hat das schon eigentlich ganz gut hier auch dann in die Frage reingepackt, man sollte solche Menschen wahrscheinlich ignorieren. Natürlich kann man versuchen, das zu erklären, wie ich es auch gerade versucht habe, aber wenn man dann merkt, da kommt überhaupt gar kein Feedback im Sinne von, oh, das gucke ich mir mal an, dann sollte man es einfach ignorieren und so haben die Ärzte mal gesungen, lass die Leute reden und das würde ich in dem Fall auch einfach empfehlen. Da spart man sich auch vielleicht so ein bisschen Herzschläge, die dann nicht so ganz nach oben gehen vielleicht. Horst Gärtner fragt, warum nicht die Draft Lottery umstellen, die jeweils 11. und 6. 11. und die 6 Teams, die im Play-In Runde 1 aussteigen, kommen in die Lottery und Plätze 12 bis 15 wählen Pick 15 bis 30. Tanking wird nicht mehr belohnt und auf Platz 11 sollte sich ein GM mit klugen Kader-Moves hocharbeiten können. Kann sein, aber warum brauchen wir das denn? Also wo ist denn gerade Tanking? Also haben wir Tanking-Problem gerade? Ich wüsste jetzt nicht, wo. Die Spurs sind einfach schlecht. Gut, haben die das vielleicht nicht alles getan über die Team maximal auszurüsten, ja, aber kann man denen nicht unbedingt vorwerfen. Washington und Detroit, die tanken nicht, die sind einfach schlecht. Charles hat viele Verletzte, Memphis hat noch mehr Verletzte, Portland hat immerhin Dominaten, aber deren Rookie funktioniert bisher noch nicht. Also der Top-Rookie. Houston würde ich nicht sagen, dass die tanken, Utah nicht. Brooklyn und Toronto wissen, glaube ich, gar nicht so wirklich, was sie machen. Also ich sehe das Problem nicht. Von daher wüsste ich auch nicht, warum wir dann anfangen sollten mit irgendwelchen dann doch nochmal komplizierteren Regeln und so. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem gerade. Und am Ende des Tages gibt es eh kein perfektes System. Von daher wüsste ich nicht, warum man das braucht. Wer hätte das gedacht, fragt. Vereinsleben gibt es in den USA ja keins. Wie organisiert ist das Spiel außerhalb der NBA und G-League? Die Menschen leben ja viel mehr als für das Spiel während des Colleges, sodass ein gutes Stück Identität bei dem einen oder anderen wegfällt. Nicht nur mental kann das schwer sein, wenn es nicht weitergeht, sondern die Spielerinnen stehen ja voll im Saft und sind gut ausgebildet. Sammelt sich das alles auf dem Freiplatz oder im YMCA? Hast du da Infos? Also im Endeffekt, was machen eigentlich Basketballer, Basketballerinnen, wenn die College-Zeit vorbei ist, aber man irgendwie noch Basketball spielen will in den USA. Na gut, also wenn man richtig gut ist oder richtig gut, kann man natürlich immer noch in Europa und sonst wo spielen. Das nehme ich jetzt mal außen nach weg. Es gibt natürlich so stellenweise organisierte Ligen auf privater Ebene. Das können Kirchen Ligen sein, also das härteste Spiel, wirklich das härteste, wo es wirklich knallhart zur Sache ging. Das war das Spiel, was ich in der Kirchenliga mitgemacht habe bei einer Mannschaft. Ich war gar nicht in der Kirche, aber ein Kumpel habe mich damals mitgenommen, Mississippi. Die Typen haben vorher gebetet, dass sich keiner verletzt und dachte mir, das ist ein bisschen, also ich meine, tut das denn nötig? Und dann, ja, habe ich dann gemerkt, ja, weil zwei Typen haben mit Jeans gespielt. Die waren nicht für ihre Filigran-Technik da auf dem Feld. So was gibt es. Dann gibt es natürlich zum Beispiel in New York. Ich habe mit Bobito Garcia da mal ein Interview gemacht, da haben wir uns getroffen in der Halle, wo er dann so eine Ü40-Liga in der Schulturnhalle gespielt hat. War ein Spiel, da war er mit dabei. Es gibt so Corporate Leagues, wo dann manche Firmen gegeneinander spielen. Es gibt dann auch, ja, generell so Freizeit liegen, aber es muss halt immer privat organisiert sein. Aber so ein Vereinssystem gibt es in dem Sinne halt nicht. Und natürlich kann das für Spieler, Spielerinnen, die Bock haben und gut sind nach am College ein bisschen, sagen wir mal, kann was wegfallen. Aber die Amerikaner sehen das immer ein bisschen anders als wir. Also ich meine, die Amerikaner sind da schon, also nicht der Großteil, aber es gibt schon einen Teil der Amerikaner, die immer sagen, man will natürlich lebendlang aktiv sein. Aber es ist eben schon so, dass man, dass das da trotzdem eben auch klar dann endet. Es endet dann wirklich organisiert eben nach dem College oder halt auch schon vorher, wenn man nicht an einem College spielt. Und YMCA, das wird ja auch dann was. Es gibt dann stellenweise so 24-Hour-Fitness, die haben dann auch stellenweise eine Basketballhalle, wo man dann sich anmelden kann zum Spielen und so, dann trifft man sich. Das ist meistens dann Pick-up Basketball. Es ist einfach sehr, sehr historisch bei denen alles behaftet und begründet. Phil Januszewski fragt, Luca LeBron, Dirk, Zion. NBA-Spieler werden häufig nach den Vornamen benannt. Das kennt man vom Fußball gar nicht. Woher kommt dieses Vorgehen? Und warum gibt es Booker, Butler oder Embiid, bei denen das dann nicht gemacht wird? Kannst du bitte Licht ins Dunkel bringen? Also ich denke, natürlich im Fußball gibt es das auch. Das beschränkt sich ja dann natürlich in der Regel auf Brasilianer. Das natürlich auch von denen dann da quasi, von kulturell von da kommt. Natürlich gibt es auch stellenweise Fußballer, da muss man nur einen, meistens den Nachnamen nennen, dann weiß man auch, wem es geht. Also von Aldo, wo man da auch nicht weiß, wem es geht, gibt da zwei. Nee, im Endeffekt ist es so, das in den USA, das aber auch in NBA in der Regel nur so gemacht wird. Aber das ist glaube ich, hängt immer damit zusammen, wie eingängig die Namen halt sind. Ich meine, Luca, LeBron, Dirk, Zion, da weiß jeder, worum es geht, weil das natürlich auch relativ einzigartige Namen sind. Von daher, das ist immer sehr abhängig davon, was das für ein Vorname ist, was es überhaupt für ein Spieler ist. Aber bei Zion zum Beispiel würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass der auf einer Stufe ist wie LeBron oder wie Larry oder Mike. Mike ist natürlich so das absolute Top-Beispiel. Ich meine, wie viele Michaels gibt es in der NBA-Geschichte? Und wenn wir sagen Michael, dann reden wir nur von einem. Also, die denkt jeder direkt an einen. Aber das ist aber auch jetzt nichts, was, sag ich mal, jetzt eine große, wo es eine große Inflation gibt. Und wie gesagt, und selbst bei Zion wäre jetzt nicht dabei zu sagen, der gehört in die Liste da oben. Und bei Booker, da heißt er Devin mit Vornamen, da gibt es ihm auch andere. Klar, ich glaube, es gibt keinen anderen, der so gut ist wie Booker oder mein Butler heißt Jimmy, Joel Embiid. Wie gesagt, das ist einfach immer, das kommt auch an, was bleibt hängen bei den Fans, was verselbstständigt sich, genau wie bei einem Spitznamen im Endeffekt. Tony Horn fragt, aktuell gibt es wohl Überlegungen, Dennis Schröder zum Fahnträger bei den Olympischen Spielen zu machen, also wahrscheinlich für die deutsche Mannschaft. Als frischgebackener Weltmeister stehen seine Chancen angeblich nicht schlecht. Nach Dirk Nowitzki wäre er damit der erst zweite Basketballer, den diese Ehre zu Teil werden würde. Zeichnet sich nicht vielleicht auch anhand solcher Dinge ab, welch großen Satz Basketballer sich in Deutschland gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich noch an ein Alberspiel gegen Braunschweig vor endlichen Jahren mit Dennis auf dem Feld und jetzt trägt er womöglich unsere Fahne ins Stadion. Ehrlich gesagt würde ich sagen, nein, weil, ich meine, Dirk war 2008, das war auch damals nicht kritiklos, also ich kann mich erinnern, ich war damals ja bei Olympia dabei, da gab es, war ich ja einen Abend im deutschen Haus und das war ja am Ende dann ziemlich und da hat sich ein Stabhochspringer echauffiert, dass es eben Dirk Nowitzki war, weil er gesagt hat, naja, also die haben sich gerade mal qualifiziert für Olympia, wir haben Olympiasieger Weltmeister dabei, von kleinen Sportarten, also eigentlich müssten die ja damit sowas belohnt werden, wo natürlich die andere Seite der Argumentation war, na gut, aber mit Dirk Nowitzki, das ist so halt jemand, das ist ein Weltstar, dass der zeigt, dass ihm das so wichtig ist, das ist ja auch nicht schlecht und das ist ja auch Vorbildfunktion, da gab es wahrscheinlich dann keine richtige und keine falsche Antwort. Das mit Dennis habe ich auch mitbekommen, allerdings weiß ich gar nicht, ob es da Bestrebungen, Überlegungen gab, ich weiß, dass er das gefragt wurde, dann für meinen Begriff hat sich dann aber glaube ich danach so dieses Narrativ entwickelt erst, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich finde nicht, dass das irgendwie zeigt, was sich in Deutschland getan hat, dass, wie gesagt, wenn überhaupt über Dennis nachgedacht wird, wenn nicht nur einfach das aus diesem Interview da rauskam. Denn wenn es danach gehen würde, dann müsste sich ja auch, glaube ich, ich meine, ich kriege jetzt nicht alle Fahrenträger zusammen, dann müsste sich ja auch im deutschen Kanubu-Reich und bei den Schützen und es gibt ja eine Menge Randsportarten, die dann über die Jahre auch da als Fahrenträger unterwegs waren, da müsste sich ja auch eine Menge getan haben oder im Springreiten oder so. Gut, vielleicht gab es ja auch einen Megaboom, das habe ich nicht mitgekriegt, aber das ist ja nicht das einzige Kriterium jetzt, ob irgendwie ein Sportland boomt, wenn dann ein Sportler da als Fahrenträger in Betracht gezogen wird oder das wirklich auch wird. Von daher, ich bin gespannt, ob er da wirklich in die engere Wahl kommt oder das sogar wird. Allerdings kommen wir auch zurück auf die Frage, was soll denn ein Fahrenträger für uns sein von dem Olympischen Team und Dennis war natürlich nicht mit dabei in Tokio, von daher war er noch nicht bei Olympia, das sollte auch nicht die Grundvoraussetzung sein, aber für meine Begriffe ist irgendwie, also ich habe es traditionell immer so erfahren und mitbekommen, dass ich dachte immer, okay, also Fahrenträger beim Reinlaufen wird halt ein verdienter Olympionike, das sprach natürlich auch damals gegen Dirk eigentlich und beim Rauslaufen ist es dann jemand, der bei diesen Spielen, wenn er dann auch da ist, viele reisen ja dann wieder ab vorher, der dann für Deutschland einfach eine tolle Leistung gebracht hat. Wenn es danach geht, dann wäre Dennis wahrscheinlich nicht mit dabei, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie da intern die Prozesse sind. Wenn er es wird, natürlich eine tolle Ehrung, auch ein tolles Zeichen für ein multikulturelles Deutschland, aber keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, ist ja auch noch ein bisschen hin. Moritz fragt, du wirkst wirklich wie ein positiv Hustler. Ich komme bei den ganzen Projekten, Angeboten gar nicht mit. Ich würde mal interessieren, wie deine Einnahmestruktur so aussieht, auch gerne wie viele Stunden pro Woche arbeitest. War Fife eigentlich damals dein Vollzeitjob und geht es dir besser ohne? Ja, Fife war ein Vollzeitjob, aber habe ich ja dann auch relativ, also vor 15 Jahren ja fast jetzt angefangen mit dem Podcast und auch mit damals Planet Basketball. Also war schon 9 to 5, aber ich habe dann immer noch Zeit gefunden, um andere Sachen auszuprobieren, zu machen, aber auch viel in meiner Freizeit, um da was aufzubauen, neben Fife, weil ich schon gedacht hatte, das wird auch nicht ewig funktionieren. Meine Einkommensstruktur momentan ist natürlich sehr speziell im Sinne von, klar, jetzt fange ich ja am Wochenende mit DAZN zu kommentieren, das ist jetzt wieder dabei. Dann gibt es natürlich die Patreon-Supporter, apropos die T-Shirts, kommen jetzt nächste Woche. Ich hoffe, ich kann die noch verschicken, bevor ich nach Miami fliege, wenn nicht, kommen die danach. Aber das ist alles jetzt auf dem Weg, aber auch schon für die Top-Supporter, die über 20, 25 Euro geben, auch schon die Pakete halbwegs fertig gemacht. Ich warte wirklich nur auf die T-Shirts. Das ist natürlich ein absolut wichtiger Teil und einfach auch, ich sage, das sind auch die OGs, die da mit dabei sind. Und dann ist natürlich jetzt durch die Arbeit von Sebastian auch Werbung dazu gekommen, wo ich einfach mega stolz und auch echt dankbar bin, dass es da jetzt Firmen gibt. Und vor allem auch alles Firmen, die ich halt entweder davor schon benutzt habe oder im Fall von Manscaped dann gesagt habe, hey, wir schicken dir das mal zu, guck doch mal, dass es für dich ist und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Das ist einfach toll, was der entwickelt hat einfach auch. Und das Vertrauen, was ihr da auch mir entgegenbringt, wenn ihr dann auch natürlich dann da Sachen kauft und ausprobiert und dann merkt, der hat dann gar keine Scheiße erzählt. Dann gibt es natürlich manchmal so Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass ich Geld in Buckets dabei bin bei 2K. Dann klar, zahle ich mir dann für jedes Magazin, wie jedes Kobe-Magazin natürlich, wie wir auch die ganzen Autoren sich dann natürlich Gehälter dafür bekommen oder Geld für ihre Geschichten bekommen, zahle ich mir da ein Gehalt ausführe, die Arbeit, das Hefte eben halt strukturiere, etc. Und auch viele Sachen mitschreibe. Ja, vergesse ich noch irgendwas? Ich vergesse bestimmt noch irgendwas. Ja gut, da haben wir so Nebenprojekte wie Love This Game oder auch immer noch Planet Basketball. Das kommt nochmal da hinzu. Also ein kleiner Bauchladen, hat man früher gesagt, von Dingen, die ich da mache. Ja, und das ist es halt eigentlich auch schon. Also im Endeffekt seid ihr meine Einnahmestruktur, die meine Arbeit unterstützt, die das Heft kauft, den die Premium-Podcasts euch gönnt. Oder Hall of Game natürlich auch was. Da werden wir natürlich dann auch vom Crowdfunding bezahlt. Aber ich stehe natürlich auch auf so vielen Schultern von euch, dass das natürlich auch toll ist, dass ich einfach weiß, dass so eine Masse an Leuten da ist, die es unterstützt. Und pro Woche ist es weniger geworden, als noch von einem guten Jahr war, weil die auch besser gelernt hat, mich zu strukturieren und besser gelernt, auch Sachen vielleicht mal ein bisschen anders zu machen. Aber ich würde schon sagen, dass ich in der Woche so bei 40 sind es immer. Aber was jetzt mache ich, nehme mir mehr Pausen am Wochenende auf jeden Fall. Obwohl ich jetzt ja auch wieder anfange am Wochenende zu arbeiten, aber mal gucken, wie sich das niederschlägt. Aber ja, 40 plus würde ich sagen. Obwohl es immer schwer ist zu sagen, was ist arbeiten. Wenn ich mir den Spiel angucke, ist es eigentlich irgendwie auch Arbeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch, guck mir den Passportspiel an. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich gehe da jetzt irgendwie ins Bergwerk. Von daher, aber ja, es ist sehr schwebende Übergänge bei mir. Ümit Dybala fragt, in einem sportartübergreifenden Mount Rushmore, hast du Zvetschke Mesimovic drin? Und wenn ja, wie oft? Ich würde sagen, einmal reicht. Aber ja, Zvetschke Mesimovic wäre für mich dabei. Hat natürlich maßgeblich dann beteiligt an einem der schönsten. Ja, einem der schönsten. Ich würde schon sagen, dass die WM jetzt noch schöner war. Aber der deutsche Meistertitel des VfL Wolfsburg 2009 war natürlich, da hatte Zvetschke Mesimovic einen großen Anteil von. Ich weiß, dass er auch Basketball-Fan ist. Ich würde ihn gerne mal treffen. Ich glaube, er ist in München. Ich hoffe, das schaffe ich auch mal. Ich hoffe, dass ich dann auch einen Ton rauskriege, weil Zvetschke Mesimovic ist einer der größten. Und ja, wäre auf meinem übergreifenden Sport Mount Rushmore. N185 fragt, wenn du mit etwas Abstand nach Love This Game wieder Lust hättest, ein Buch zu schreiben, hättest du schon Themen im Kopf? Ja, also ich habe ab und zu, ich habe so ein paar bei Notes. Ich mache ja viel auf dem Mac und da habe ich in meinem Notes, habe ich manchmal so, ich habe dann so eine, bei Notes habe ich so eine Ideengeschichte und da stehen auch so ein paar Buchthemen drauf. Also mal irgendwie so eine Sammelgeschichte. Im Sinne von macht man so ein, ja, so ein Basper-Wörter-Buch, aber eben nicht nur sich Rebound und Dunk oder so, sondern auch mit weiterführenden Ideen und ein bisschen clever. Da hätte ich Bock drauf. Basper-Buch für Kinder fände ich auch mal ganz witzig, obwohl ich nicht weiß, ob ich da kindgerecht genug schreiben kann für. Es gibt ja von Sven Voss, der war dabei, hat er diese, also der Kollege vom ZDF, der auch Sportstudie macht, der dieses Buch, jetzt nahm ich nicht mehr ein, aber mit vielen so kurzen Geschichten von Sportlern, da habe ich unserer Tochter auch ab und zu darauf vorgelesen. Sowas hätte ich auch Bock drauf, was für Basketball zu machen. Themen habe ich genug, aber das ist, Love This Game hat mir so viel abverlangt damals, dass ich da schon echt viel Zeit haben müsste oder eine krasse Überwindung finden müsste und sowas noch mal zu stemmen alleine. Letzte Frage heute von Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Wie sehr teilt deine bessere Hälfte in Sachen Liebe zum Basketball oder teilt sie Liebe zum Basketball mit dir? Also meine Frau hat nichts mit Basketball zu tun gehabt, bevor sie mich getroffen hat, was nicht heißt, dass sie der Sache jetzt sehr kritisch gegenübersteht oder so, ganz im Gegenteil. Wenn ich mal spiele, gucke abends, am Wochenende, natürlich dann in der Regel, gut, dann sitzt sie jetzt nicht neben mir und scoutet mit oder so, sondern dann macht sie manchmal Yoga daneben, manchmal sitzen wir auch beide auf dem Sofa und gucken. Sie findet das schon sehr, sehr spannend, war auch schon bei einigen Spielen, Länderspiel mit dabei. Aber das ist nichts, was sie jetzt mega umtreibt, sondern sie weiß, dass das natürlich von mir eine große Leidenschaft ist und sicherlich auch auf eine ganz große Art und Weise mich als Menschen so zunehmend gemacht hat, was ich eigentlich bin, eben der Basketball, dass ich selber gespielt habe, da halt auch sozialisiert worden bin, etc. Aber wie gesagt, sie guckt auch dann Spiele, wenn ich nicht da habe, zum Beispiel von der WM, da hat sie natürlich wieder alles gesehen, was um ihr arbeitstechnisch ging. Aber was ich dann quasi beim Basketball investiere, investiert sie halt in Geburtshilfe. Ja, da muss ich euch nicht erzählen, was wichtiger ist und was immer vorgeht, auch hier im Familienverbund eigentlich. Aber ne, wir haben uns da, ich sage mal so, sie hat mehr Interesse daran, was ich mit Maßnahmen mache, als das, was ich, also sie mit Geburtshilfe macht. Denn wenn ich am Rechner sitze und sie kommt dann einfach zu mir, guckt mir über die Schulter, das ist immer relativ gefahrlos. Wenn ich bei ihr vorbeikomme, ich gucke über die Schulter, wenn sie was macht für die Arbeit. Da gibt es manchmal Sachen, die verfolgen ja dann schon mal nachts. Ja, und mit dem, vielleicht ganz so schönen Bild, würde ich euch entlassen wollen, ins Wochenende. Und noch mit dem Hinweis, die Kobi-Ausgabe. Die kommt in den nächsten Tagen jetzt bei den Erstbestellern, Abonnenten an. Wenn ihr denkt, das möchte ich nicht verpassen, dann würde ich jetzt euch raten, auf gutnextmag.de zu gehen, slash shop, da kriegt ihr die Kobi-Ausgabe. Gönnt sie euch. PDFs gibt es natürlich auch schon. Es ist eine der besten Ausgaben. Vielleicht die beste, die wir gemacht haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr sie dann in Händen haltet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und hört vielleicht rein. Samstag, 22 Uhr, Cleveland gegen Houston. Sonntag um 18 Uhr, glaube ich. Genau. Bugs gegen Suns. Vielleicht hören wir uns. Haut rein. Ciao.